Ich will sich jetzt Natsu mit denen anlegen. Oh, nö, 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 nö. Ich will nicht gegen die kämpfen. So, abseits des Turniers. Natsu, mach keinen Scheiß. Oh, was ist denn hier? Der Gymnasium schon mal. Also, ein wenigstens. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. You have business with me, boy. Warum wird er, da haben sie auch schon wieder diese Grundsprecher einfach vergessen, ne? Auch Charaktermodell, da haben sie nicht drin. What did you just say? You dare challenge me, boy? I do not understand, but it seems you are following me. following your own logic take care of him ja genau weil sie German nicht hinbekommen haben als Gegner muss ich jetzt gegen die weinen oder was? you are far too young to be playing soldier if you wish to fight the best proofs that you have what it takes minerva what do you think you're doing? you're not going to be playing you're not going to be playing Ich würde mich überraschen. Ich bin der Kuss in der Kuss. Ich bin der Kuss in der Kuss. Ich bin der Kuss. Ich habe mich geholfen. Ich bin der Kuss. Ja. Ich bin der Kuss für die Kuss. Ich bin der Kuss. Das war's für mich. Okay. 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 Kleinen Moment. Wir haben das Kapitel. Oh, warte mal. Wir sind an Chapter 4, ne? Hey, Ru-chan! Das war's für mich. Sorry, Bennys Blick einfach nur. So jealous. So jealous. So jealous. Ich bin jetzt nicht so gut, dass ich mich nicht so gut bin. Ich wünsche dir das gut, dass ich mich nicht so gut bin. Ich will nur für mich nicht so gut sein. Ich will das immer noch einig. Ich will das noch einig. Ich will das noch einig. Ich habe dich endlich gefunden. Wer ist das? Ich weiß nicht, das ist so halb fertig für mich. Ich meine entweder ganz oder gar nicht. Denn ich will Autoplayon haben. Aber gut, ich mache jetzt Autoplayon und ich rede einfach nicht. Aber das ist wenigstens gut gelöst. Also ich meine ein Bild. Wenn sie es schon nicht schaffen, sie zu modellieren. Aber ganz ehrlich, da hätten sie doch noch ein Jahr dran arbeiten können. Dann hätten sie auch die Charaktere alle fertig gehabt. Die Charaktere, die Charaktere, die Charaktere sind wirklich stark. 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 Die Charaktere sind McIris und sie für zwei klagen. Die Charaktere sind sehr stark. Die Charaktere werden völlig begonnen. Zelef, zelef. Zelef, zelef. Neeث, der Tauros wird/. Glaublich. Mal beschworen habe ich das Gefühl. Ja, geht's nicht! Ich bin ein bisschen aufgerissen. Ich bin ein bisschen aufgerissen. Was hast du denn mit euch? Ich habe nur noch nicht gewonnen. Ich habe nur mit den Eindruck gemacht. Ich bin ein Wendys. Ich bin ein Wendys? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie gemacht. Ich bin ein Wendys. Ich bin ein Wendys. Ich bin ein Wendys. Ich bin ein Wendys. Oh, wie ich da im Hintergrund einfach nur sehe, dass da eine Quest aufploppt im Requestboard. You can now change some characters into their swimsuit. Ich muss zu Lucys Haus. Ich muss da mal hin. Ähm, wir müssen erst mit Mira reden. Ich mach das nachher. Ich muss mal eben nur irgendwo... Ich kann doch nirgendwo hin, okay. Ja, der hatte zu viele Muskeln. Well, the council has finally granted us permission to go back. Huh? Go back where? To Tenryu Island. That entire region has been off-limits since we returned. It was? Yes, I believe the council needed time to secure the area. I mean, it makes sense. A whole island vanished only to suddenly reappear years later. Best to check it out. But now they finished it... Äh, finished with that and it's open up to the public again. Open to the public. Es dürfen doch nur Fairytale-Mitglieder auf die Insel. Das ergibt keinen Sinn, was die sagt, aber okay. We've even been receiving requests that will require us to revisit the island. You can count on us. Well, take care of them. So, Daniel Island, huh? Maybe a good spot to do some training. Okay. Ist jetzt ne Touristenattraktion geworden? Na, wir mussten jetzt gerade... Haha, wir mussten einfach nur Rang 50 erreichen, um weiterzumachen. Zack, erledigt. Wir sind schon längst Rang 50. Aber wir können jetzt... Haha. Upgraden. Ah, auf Tenryu Island. Bestimmt sind alle Monster auf Tenryu Island, die wir brauchen. Oh, doch nicht. Der ist auf Tenryu Island. Reicht unser Geld überhaupt aus? Es reicht gerade so. Es reicht gerade so. Das ist sicherlich. wir können jetzt wahrscheinlich auch erster wieder ein bisschen ranken also abranken weil wir haben ja hier überall jetzt wieder sterne fangen wir mit wendy an ja katonka das hast du ja vorhin nicht mitbekommen ich habe über ds geräte und rate mal welcher charakter im ersten dlc spielbar wird deswegen überlege ich um ich vielleicht sogar pause mache naja sie ist in diesem screen zu sehen deswegen wirklich ich überlege ob ich wirklich warte noch mal weil ich habe noch genug zu spielen und wenn ich die dlcs mitnehme sonst so überlegt ich will levy spielen ich will sie spielen aber wenn ich durch bin werde ich sie niemals spielen die muss das spiel kaufen ja am besten mit season pass und so ne aber habe ich ich habe keinen season pass mit dabei ne ich muss vielleicht noch einen kaufen ach ja die die familie strauss wird dann auch spielbar sein also elf mann und ich weiß nicht ob mir auch dabei ist aber elf mann und und ich kann auch noch ein duel gegen die machen oder ich kann noch ein duel gegen die machen oder ich kann noch ein duel gegen die machen oder wie ein jetzt es soll auch noch mal wie hier Ah, ja, okay. Ich gehe erst mal, ich gehe erst mal meine Klamotten wechseln. Und auch für Wendy werde ich das Badeoutfit nehmen. Das zeigt ja zum Glück nicht zu viel. Aber ich finde die Flügel hier dran einfach irgendwie, ich weiß nicht. So, jeder bekommt jetzt sein Badeoutfit. Selbst Natsu hat sein Schwimmeroutfit dabei, aber ich finde seine alternativen Klamotten gut. So, zack. Nee, das passt irgendwie nicht zu Grey. Der ist doch immer... Da merkt man doch gar nicht, dass er sich auszieht. Weil er ausgezogen ist, aber... Ist schon cute. Kerzeflügel, das nervt mich. Das oder das? Nehmen wir mal das. Das klingt irgendwie falsch. Hm, hat man dann auch Levi im Badeoutfit? Hm. Moment mal, da ist ein blauer Punkt. Warum? Warum? Was passiert hier? Was? 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 Warum? Warum? Das ergibt keinen Sinn. Warum? Wenn ich woher bin. Ah, bittemel. Wenn ich das mache. Witz, Leute. Nehmen Sie dir das, was es gut. Ich bin mir, wenn ich da bin. Aber bitte, wenn ich auf jeden Fall weiß. Nein, nein, lass Venni ihn rufen. Das ist das, was ich mit dem Zutaten. Das ist alles, ich muss mich zurückkehren. Ich muss mich zurückkehren. Das ist das, was ich mit dem Zutaten. Das ist das, was ich mit dem Zutaten. Geht's gut. Warum bist du hier? Ich bin hier. Wenn es nicht so wichtig ist, dann gehen wir nach Hause. Ich würde mir so wünschen, die würden vielleicht noch die ganzen Charaktere, die man nicht sieht, reinpatchen, weil irgendwie, ich weiß nicht. Haben die nicht genug Geld gehabt dafür? Diese sind Ingredients? Warum hast du das zu mir gebracht? Ich habe vorhin gesagt, ich habe mich überrascht. Ich habe es geschafft. Also die Switch kannst du unterwegs nutzen. Das hat schon einen Vorteil. Und PS4, wenn man Trophäen jagt, ist auch nicht verkehrt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Platin hier so schwer sein könnte. Aber ich denke mal, du bist kein Platinjäger. Von daher. Ich bin hier. Ich habe das gemacht. Ich muss sie mit mir nur sagen. Wenn du mit mirbringst, würde ich sie haben. Danke. Dann bin ich mit dieser Zeit. What are you thanking me for, hm? Wait a minute! This is the wrong help. If I use this, the medicine would become a poison. It can't be helped. Come here, I'll teach you. Let's see, where did that go? Where did that go? Okay, here we go. 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 Okay, here we go.